Ist dieses Ding einfach so ein waschbecken und dann so. Güzel bu. Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Bugün arabadan. Bu benim arabam değil arkadaşlar. Bazen arkadaşımdan arabayı alıyorum ona lazım olmadığında. Bugün Ikea'ya gideceğim Inhi ile birlikte. Ama zaten başlıkta gördüğünüz gibi bu vlog Almanca olacak. Çünkü çok istediğiniz Almanca vlogları. Bundan sonra Almanca konuşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 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 Ich kann auch nicht mal Deutsch reden. Irgendwie war heute schon total anstrengend. Wir waren drin, dann haben wir was gegessen. Und dann sind wir, glaube ich, drei Stunden einfach durch Ikea gelaufen. Meine Füße taten so weh. Ich gucke mal kurz nach einem Kassenbon. Zuallererst diese Schüssel. Ich finde diese Schüssel einfach mega cool irgendwie. Ich mag einfach so minimalistische Sachen, ehrlich gesagt. Ich habe schon so eine, aber die hat hier oben so eine Macke, glaube ich. Die war auch nicht besonders teuer. Servierschüssel 3,99. Ein bisschen teurer, als ich gedacht habe, aber trotzdem 3,99 Euro ist jetzt auch nicht so die Welt. Dann habe ich einen Seifenspender geholt. Meiner ist nämlich kaputt gegangen. Ich wollte meine Hände ganz normal waschen. Dann habe ich einfach so auf den Seifenspender gedrückt. Dann ist er so abgerutscht von meiner Hand. Dann ist dieses Ding einfach so ins Waschbecken. Und dann so. Und dann ist es einmal so aufgeschlagen. Und dann ist es kaputt gegangen. Ich habe nämlich das komplette Set davon. Seifenschale, Mülleimer und dann noch so einen Zahnputzbecher. Tatsächlich hatte ich überlegt, mir das Beige zu holen. Dann hätte ich aber das komplette Set in Beige holen müssen. Tatsächlich hält auch alles frisch in diesen Gläsern, weil man hat halt dieses Gummiding hier. Und dann einfach so machen. Luftdicht. Wir kosten 2,99 Euro, also nur 3 Euro ein Glas. 2, 3 habe ich gekauft. Eine Aloe Vera Pflanze. Die hat 4,99 Euro gekostet. Zimtschnecken habe ich gekauft. Die haben 2,49 Euro gekostet. Normalerweise gehe ich zum Ikea und esse die Zimtschnecken dort frisch, wenn die neu aus dem Ofen gekommen sind. Warm sind und frisch sind. Oh mein Gott. Ich würde auch nur zum Ikea fahren, um nur diese Zimtschnecken zu essen. Aber die kosten glaube ich 1,49 Euro oder so. Man kriegt die gleiche Qualität mit diesen tiefgefrorenen Zimtschnecken. 27,42 Euro habe ich insgesamt ausgegeben. So, ich räume jetzt hier mal auf und dann schlafen. Bis zum Ikea. Ich will euch ganz kurz meinen Einkauf zeigen. Ich zeige euch, was ich alles Besonderes eingekauft habe. Was heißt besonders, also nicht die Standardsachen. Zum Beispiel habe ich hier so eine Backdauerfolie, nennt sich das glaube ich. Backdauerfolie? Dauerbackfolie, sorry. Das hat irgendwie nur 1,99 Euro gekostet. So, sieht das aus. Habt ihr sowas schon mal benutzt? Wenn ja, wüsste ich gerne, wie eure Erfahrungen sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nach einer Zeit nicht mehr so gut aussehen wird. Was sagst du? Dann habe ich noch so ein Soja, ein Vanilledrink. Ich war sowieso hungrig. Einkaufen, da will man irgendwie alles mitnehmen. Verlaufen. Ich habe einmal für Coco so eine Wolke gekauft. Man kann hier unten, man kann hier das unten aufmachen. Ich glaube, irgendwelche Sachen, also Katzen, Minze zum Beispiel hier so reinmachen. Sie hat auch so ein kleines davon, zeige ich euch mal. Das hier. Und sie liebt dieses Teil einfach. Sie trägt das immer im Maul mit rum. Überall. Also sie trägt das und das schleift sie dann halt die ganze Zeit so hinterher. Und deswegen dachte ich, hole ich hier einfach mal das große nochmal. Schon direkt am Spielen. So, das war es jetzt eigentlich. Und ich muss jetzt was zu essen machen, sonst sterbe ich von Hunger. Die Spülmaschine läuft gerade wieder mal. Ich wollte gerne das hier ausprobieren. Das sind Puldak-Nudeln. Und die bereitet man auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu. Ich habe das bei TikTok gesehen. Und bei TikTok sind die sehr, sehr bekannt. Das war ein bisschen scharf, aber tatsächlich richtig, richtig lecker. Also ich bin eigentlich nicht so ein Ramyon-Fan, ehrlich gesagt, grundsätzlich. Aber die schmecken richtig gut. Ich bin eigentlich so ein Ramyon-Fan. Ich habe jetzt eine Idee. Und zwar, ach das ist übrigens der Vanille-Soja-Drink. Der schmeckt ganz gut. Kann man machen. Und zwar will ich diese Schublade, wenn ich die aufkriege, leer machen. Ich habe sowieso eh ein paar Sachen, die ich aussortieren möchte. Aber ich will jetzt nicht die ganzen Schubladen aussortieren. Das würde jetzt zu lange dauern. Da Coco nachts immer die Schubladen zerkratzt. Hier sind schon ein paar Kratzer. Jedes Mal, wenn ich die Schubladen aufmache, möchte sie reingehen. Deswegen zerkratzt sie auch in der Nacht die Schubladen. Sie möchte das aufmachen und reingehen und darin, glaube ich, schlafen. Deswegen dachte ich mir, ich mache hier einfach einen Schlafplatz. Aber dafür muss ich erst mal eine ausräumen. Und hier ist irgendwie ziemlich viel drin. Also zum Beispiel diesen Weihnachtspulli. Schaut euch den mal an. Der leuchtet, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der noch funktioniert. Dann hier dieser grüne Pulli. Bunu Trendyoldan almıştım. Es ist einfach nicht meine Farbe, glaube ich. Ich habe die Schublade jetzt ein bisschen zugemacht. Ich glaube, das mag sie lieber. Aber sie kann halt immer noch ganz leicht raus und reingehen. Oh, sie holt auch gar nicht ihre Krallen raus. Ich hatte jetzt Angst. Sie macht das ohne Krallen. Aber ich glaube, sie freut sich jetzt. Sieht ein bisschen gruselig aus. Irgendwie. Ich habe mich. Das war's für heute. Heute habe ich wirklich gar keine Lust gegen etwas zu machen, ehrlich gesagt. Aber ich muss wenigstens was essen, deswegen werde ich mir jetzt erstmal schnell eine Tomatensuppe machen. Die Tomatensuppe habe ich schon hier direkt. Das war's für heute. Das war's für heute. Fließt Teigere Zutaten Pfehl Zutaten 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 3 2 4 1 2 4 5 4 5 10 30 Hallo? Hallo? Ich hab dich ja, Anne. Ich hab dich ja. Ich hab dich ja, Anne. Back, wie du das? Ich hab dich ja. Ja, ich hab dich ja. Hallo, Merhaba, Lach. Komm mal, ich hab dich da. Mhm. Okay, bis nachher. Bye, bye. 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 Burada da standlar var, bak. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Oh, ne güzel görünüyor. Wow, dynamic stand. Bye, bye. Tschüss, Tschüss. 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 Ah, er nimmt uns noch. Sehr gut. Und hier endet der Vlog, meine lieben Freunde. Ich weiß nicht, man sollte das, glaube ich, nicht auf Deutsch sagen, weil auf Deutsch klingt das irgendwie komisch. Klingt irgendwie besser. Ich sitze auf jeden Fall mit der Katze noch auf der Couch. Katzi. Und wir schauen Netflix, oder? Ich schaue Netflix und sie schläft. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Video. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.